Geht klar. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Plan noch aufgeht. Ach, dieser Dauernörgler. Meine Pläne gehen immer auf. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner Verdacht schöpft. Also gib alles, um an mir dran zu bleiben. Du solltest lieber diesmal das Gasbüller richtig treffen. Ich werde es dir nicht einfach machen. Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. Ja, sie nannten ihn Schnecke. Los, gib Gas! Ich perds sie. Na super, Semir. Du nimmst den Job ja verdammt ernst. Nur weiter so, Semir. Ich sag schon Bescheid, wenn's genug ist. Das könnte ich tagelang so weitermachen. Da hat er einmal einen guten Tag und ich muss dabei sein. Wagen 36, ein Wagen 12. Wir sehen den Raser. Sollen wir euch bei der Verfolgung unterstützen? Nicht nötig, der Typ gehört mir. Okay, Semir. So langsam sollte es aber auch genug sein. Wer jetzt nicht überzeugt ist... Semir? Ups, was gibt's? Was war in meinem Element? Ich sagte, es reicht. Du kannst den Gang runterschalten. Schon? Der Spaß hat doch gerade erst angefangen. Ach, wie ich diesen Tag hasse. Alles klar, du Weicher. Ich war ja schon langsamer. Ben, Mensch, streng dich doch wenigstens an. Bei diesem Tempo glaubt uns sonst niemand die Nummer. Sorry, hab wohl nen schlechten Tag. Noaheuer Krament. Inisse! Ja, oder? Was war der safer? Frau, machтов 70 Grad. Ach, mach's. Ach, mach. Ach, ach. Ach, mach's. Vor ich mich zu dir. War der acute. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.